Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Half-Life 2 Episode 2 Ja, die letzte Folge ist schon ein wenig her Leider ein wenig Da ich letztendlich irgendwie gar keine Zeit hatte irgendwas zu spielen oder keine Lust hatte Aber egal, jetzt muss ich mich erst mal selbst ins Spiel wieder reinfinden Ich weiß wie wir waren in Riot Forest und irgendwie hieß es, draußen sind Combi entdeckt worden Während wir gerade mit Magnussen am... ...Romexperimentieren waren Also, ja... Uh Ich habe ein bisschen an deinem Auto gebastelt Hier, hier hinten ist jetzt eine Ablage für Magnussens Naja Ich habe das Radar so eingestellt, dass Krummbeine auf dem Armaturenbrett rot angezeigt werden Da hast du mich einsteigen Und bestell dir ein Zielsignal an deinen Schutzanzug, falls du von deinem Auto getrennt wirst Keine Ursache Hier die Karte Ahja Und hier am Südende des Tals Der Rest ist oben im Norden beim alten Sägewerk Hier Dort oben werden sie euch den Schlachtplan erklären Ich wollte nur eine Spielreihe finden Ich wollte nur eine Spielreihe finden Ich wollte nur eine Spielreihe finden Perimeter frei. Einbringlinge noch nicht in Sicht. Weiter Vorsicht. Was ist das? Komm näher. So, Sie haben Freeman geschickt, was? Guter Mann. Wir sind ein Dutzend Strider, nördlich von hier. Wir müssen sie von der Basis im Süden abhalten. Ein guter Schuss auf das Silo und wir können den Start vergessen. Und falls Strider nicht schlimm genug sind, die Aufklärung sagt, dass sie von Jägergruppen begleitet werden. Komm näher. Okay. Ich möchte jetzt das... Achtung! Ein Dringling am Nordperimeter. Ein Strider kommt aus Richtung der Kräne. Verteidigungsstellung, los! Strider! Oh Mann, es geht los. Alle bereit, müssten Sie hier aufhalten. Denkbar, leck sie ab während Freeman sie erledigt. Oh Mann, das wird übel. Oh Mann, das wird übel. Und zack! Und zack! Number 3 S Schiff. S Schiff. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Au, 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 au Ich spiel aus und spiel raus Ich spiel aus und spiel aus Ich spiel aus mir irgendwie klar. Das ist der Punkt an. Das ist der Punkt. 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 Oh, nein. Das ist der Punkt. 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 Mühe. Weiche so. Es sind nur noch ein paar. Ah, es ist ein... Doch ein Strider in Richtung des ehemaligen Sägewerks. Okay. Wie konnte ich jetzt gerade so schnell sterben? Noch ein Strider in Richtung des ehemaligen Sägewerks. Okay. Also. Ja, wir haben ein Strider in Richtung. Ja, wir haben ein Strider in Richtung. Ja. 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 Blöder Jäger. Ist mir schon klar. Läger Jäger. Ernsthaft. 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 Ernsthaft.